Es sieht aber aus noch sehr viele Senioren, die da unterwegs sind. Das Hotel am Bad nochmal und das Freibad stehen. Und hier hat es wie so ein, man kann nicht viel erkennen wahrscheinlich durch die Bäume, das wie so ein Zeltlager, das die hier eingerichtet haben. Keine Ahnung, was das für eine Zelt-Sammlung ist. Und wir fahren einfach hier wieder den anderen Weg zum Freibad zurück. Und auch jetzt hier hat man wieder diesen Neckar-Geruch. Oder Fluss- oder Wassergeruch. Oder Fluss- oder Wassergeruch. Wir schauen mal, wie es in der Zeit aussieht. Die Zeit ist gut, ich habe wieder ein frisches Video angefangen und wir drehen jetzt mal hier rüber auf die andere Seite des Neckars, sehen hier auch wieder die Schlöschchen und den Blick auf den Neckar und das Schloss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.